Diese hier angebotene 4-Zimmer-Mietwohnung ist ab sofort bezugsfrei. Die Erdgeschosswohnung befindet sich in Köln-Junkersdorf. Die Immobilie wurde 2012 erbaut und wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Objekt hat einen Personenaufzug. Die Wohnung verfügt über einen Balkon, einen Tiefgaragenparkplatz, zwei Badezimmer, drei Schlafzimmer und einen Keller. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Bei einer Wohnfläche von ca. 135 m² beläuft sich die Warmmiete dieser Erdgeschosswohnung auf 2.145 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher. Auf Wiedersehen. 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 Auf Wiedersehen.